Hey John! Ein in jeder Hinsicht außergewöhnliches Jahr 2020 neigt sich dem Ende entgegen. Gott sei Dank möchte manch einer sagen, denn das Jahr lief sicher anders als jeder einzelne von uns es für sich persönlich zu Beginn geplant hatte. Nichtsdestotrotz haben alle Unternehmen, Arbeitgeber, Kandidatinnen, Kandidaten, Personalerinnen und Personaler das Beste daraus gemacht und versucht die individuellen Herausforderungen zu meistern, egal ob es dauerhaftes Homeoffice, Remote Onboarding oder virtuelle Messen waren. Wir alle mussten uns dieses Jahr verändern und auch wir bei Wireplay mussten einiges umstellen, um unsere Ziele zu verfolgen und sind dort ein starkes Stück vorangekommen. Auf diese Leistung unseres ganzen Teams bin ich sehr stolz und auch sehr dankbar dafür. Lockdown bedingt muss die letzte Folge von HR Onboard leider ausfallen. Wir verabschieden uns jetzt damit in die Winterpause, denn es wird auch langsam ein bisschen frisch da draußen auf dem Wasser. Aber wir sind im neuen Jahr natürlich mit neuen Folgen wieder für euch da und da freue ich mich schon sehr drauf. Bis dahin wünsche ich euch allen eine schöne und vor allem gesunde Zeit, egal wo oder mit wem ihr sie auch verbringen werdet. Und sage auf ein erfolgreiches Jahr 2021 bis dahin. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.